Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaußen und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Donnerstag, den 23.07.2015. Es ist 19.17 Uhr, ganz genau. Wir blicken auf einen durchaus bärischen Tag. Die europäischen Indizes heute unter Druck. Allen voran Tagesverlierer Spanien, 1% ging es hier nach unten, aber auch England, Italien, Niederlande, Eurostox grundsätzlich und Deutschland sind hier gefallen. Die deutschen Indizes im Schnitt so 0,87%, der DAX als solches 0,7%. Aber auch die amerikanischen Indizes gaben ebenso wie die europäischen Indizes heute leicht nach. Wir hatten gesagt, der SMP, der Markt bei der SMP, befindet sich übergeordnet in einem aufwärtsgerichteten Trend, der jetzt aktuell seitwärts hier konsolidiert wird. Aufwärtsgerichtet, seitwärtsgerichtete Konsolidierung. Naja und die Konsolidierung hier kann sich jetzt noch ausdehnen, idealerweise in den Bereich von 2080 bis 2075. Da wäre dann frühestmöglich die Long-Positionierung hier, wenn die EMA 200 noch ein bisschen mit reinzieht, dann wäre das eine schöne Unterstützung. Wir sind jetzt schon etwas unterstützt durch die Tages-SMA EMA 50, aber mir geht das von der Korrektur her noch nicht weit genug für einen Kauf. Wenn man sich die letzte Bewegung einfach mal anschaut, dann ist die ja durchaus erstmal jetzt hier knapp am 38er Retracement. Und daher wäre ich frühestens bereit, hier nochmal Kaufpositionen bei 2080 in den Markt zu legen, wenn überhaupt. Oder eben beim Durchbruchsszenario. Dow Jones, das ging ein Stückchen zu weit. Wir hatten gesagt, Korrektur ist möglich. Hier nochmal Ausdehnung. Dann nächste in Trend gerichtete Bewegung hier im untergeordneten Trend. Die sollte bis 17.770 gehen. Prallte dann hier allerdings nicht ab, wie erwartet. Die Korrektur kam zwar wie erwartet, aber er kam hier eben nicht mehr nach oben. Und das liegt unter anderem auch daran, dass die anderen amerikanischen Indizes noch Platz haben. Also wenn wir uns den Nasdaq anschauen, der verhält sich weiterhin hier eigentlich regelkonform und sollte weiterhin fallen. Wir sehen den Bereich von 4.560 Punkten. Da ändert sich momentan noch nichts. Und wenn der S&P auch noch Platz hat, dann könnte hier das tatsächlich nicht halten. Und der Dow Jones weist zumindest kurzfristig eine Schwäche auf. Das sieht man auch hier. Während der Dow Jones knapp an der Tages 200er schon ist, am 61,8er Retracement, ist der S&P noch wesentlich davon entfernt. Und noch ein ganz schönes Stückchen entfernt sogar. Und das lässt eben die Frage auf, wer hat denn jetzt recht? Der schwache Dow Jones oder vielleicht ist der gar nicht so schwach und der S&P wird noch nachziehen. Nun, S&P hat noch Platz, Nasdaq hat noch Platz. Von daher, wenn die zwei noch ihre Korrekturniveaus ausschöpfen, dann kann der DAX, aber auch natürlich der Dow Jones noch fallen. Wenn der S&P hier nachgibt, genauso wie der Nasdaq, dann kann das relativ zügig nochmal bis in den Bereich von 17.500 Punkten führen. Also diese signifikante Schwäche im Dow Jones ist schon deutlich. Was den DAX anbetrifft, wir hatten ja gesagt, Korrekturausdehnung im Idealfall bei 11.300 Punkten. Das könnte hinhauen. Noch ist es realistisch, wie gesagt, wenn Nasdaq jetzt noch ein bisschen fallen würde, dann hat auch hier noch der DAX Platz. Und wenn der Nasdaq am bisherigen Jahreshoch sich dann befindet, wenn dann der DAX hier am Vorwochentief und an dieser Unterstützung ist, dann wäre das ein schönes Marktverhalten. Dann wäre hier unten die Long-Position tatsächlich auch zu bevorzugen. Das ist aber so momentan hier so geplant. So würde ich es stehen lassen. So, ja doch, so würde ich es stehen lassen. WTI gab weiter nach. Hat näher gesagt, der Fundamental-Iran kommt auf den Ölmarkt. Das ist nicht unbedingt eine Unsicherheit, aber die Frage ist, wie viel Öl wird auf den Markt dadurch kommen? Und das ist natürlich hier eine Veränderung der Angebot- und Nachfragesituation. Fundamental gesehen ist das nicht gut für den Ölpreis, wenn da ein riesiges neues Land dazu kommt, wo die Tanker voll mit Öl beladen, schon vor der Küste lagern und nur darauf hoffen, bald hier die Weltwirtschaft beliefern zu dürfen. Also da steht ein riesiges Angebot jetzt zusätzlich bereit. Und das, wie gesagt, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage leidet unter diesem Kompromiss mit dem Iran, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist. Das ist ein fallender Rohölpreis. Wir haben weiterhin Platz bis 47 und oder sogar 44 US-Dollar. WTI ist da weiterhin short. Kurzfristige Pullback-Möglichkeiten wären auch nochmal hier gegeben bei 49,07. Das wäre dann das Pullback-Stop-Loss. Wäre dann ungefähr hier zu setzen über die letzten Tiefs. In der weiten Variante, in der engen Variante, über dieses letzte Hoch hier. Gold zeigt sich weiterhin schwach, wenn überhaupt sind die Erholungen zu shorten. Aber da ist ja zweifelhaft, ob da überhaupt eine Erholung kommt. Also das ist schon sehr, sehr schwach. Er ankert ja hier wirklich wie ein bleiernder Anker im Meer nach unten. Und da kommt gar nichts. Also falls der sich erholen sollte, wäre frühestens der Short bei 11,41 opportun. Der Tag war heute geprägt von unterschiedlichen Entwicklungen, was die Währungen anbetrifft. Wir hatten einen sehr starken Euro, was sich positiv auf den Euro-Australisch-Dollar-Trade auswirkte. Wir hatten ja gesagt, wenn er sich hier nach oben hin durchsetzen kann, und das konnte er, dann kann er hier durchaus ansteigen. Und das hat er dann am Ende auch gemacht, was durchaus positiv war. Der Euro war einer der stärksten Währungen heute. Und der neuseeländische Dollar, diese zwei. Und schwach waren heute Australisch-Dollar und Britisch-Fund. Die zwei waren am schwächsten. Im Euro-US-Dollar hatten wir gemischte Tendenzen. Der Euro-US-Dollar konnte maßgeblich von einem starken Euro profitieren. Es war jetzt keine US-Dollar-Schwäche. Warum? Naja, weil wenn wir uns mal US-Dollar-Cut anschauen, das ist noch weiterhin, noch hat er keinen Trendwechsel eingeleitet. Noch sind die Tiefs steigend in der Form. Und der US-Dollar ist jetzt hier nirgendwo eingeknickt. Also im Gegenteil, wenn er jetzt hier oben ausbricht, dann würde es im US-Dollar-Cut zumindest eine neue Beschleunigung geben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das zum ersten. US-Dollar, Japanisch-Yen. Gut, leicht fallende Tendenz. Aber so schwach ist der US-Dollar nicht. Australisch-Dollar, US-Dollar sieht man auch hier deutlich. Also davon kann keine Rede sein. Das war eine ganz, ganz, also eher neutrale Tendenz im US-Dollar. Von daher muss man das, oder darf man den Euro-US-Dollar jetzt nicht als Referenz dafür nehmen, um zu sagen, der US-Dollar war schwach. Im Vergleich zu anderen Währungen war der US-Dollar nicht so schwach. Der Euro zeigt sich momentan etwas stärker. Befindet sich hier vor Widerstandsmarken. Sollte es über dieses Hoch gehen, hier von 1,1026, ist ein Test der 1,1070 im Fokus. Der 1,1070 wäre das nächste Widerstandslevel. Wirklich long ist er dann erst wieder ab 1,1224. Dass der Euro-US-Dollar darüber täuschen kann, wie stark oder schwach der US-Dollar ist, zeigt sich vor allem auch hier im Britisch-Fund-US-Dollar. Wir hatten gesagt, Long-Position mit dem Bruch des Vorwochenhochs. Aber der schmierte ja vorher dermaßen ab. 160 Pips, da war keine Gnade. Und gut, zum Glück hat er hier nicht noch das Vorwochenhoch getriggert und uns eine Position da reingesetzt. Von daher war es schon ganz gut zu sagen, okay, Long-Position erst ab hier oben. Das hat zumindest bewahrt, vorher long zu gehen. Aber mehr Positivem kann ich dem Ganzen auch nicht abgewinnen. Also so gesehen, das ist auch das Einzige. Hier droht immer noch ein Trendwechsel. Der ist immer noch durchaus möglich, gerade wenn es hier unter diese letzten Tiefs geht. Daher wäre aus meiner Sicht erst über dem Vorwochenhoch ein Long zu bevorzugen oder beim Bruch unter der 1,53 der Short. Aber das dauert noch ein Stückchen. Naja gut, nehmen wir es mal so hin. US-Dollar-Cut hatten wir in dem Fall schon. Ausbruchsszenario Long ab 1,30,50. Australisch-Dollar, US-Dollar sehr, sehr schwach. Wenn er hier durchbricht, wäre das eine schöne Trendbestätigung. Und dann sollte da auch Momentum auftauchen. Und ja, der Euro-Australisch-Dollar läuft weiterhin hier wie erwartet, weiterhin long, zeigt sich soweit positiv. Ich würde halt hier nur nicht ewig laufen lassen, um es mal so zu formulieren. Denn auf dem Tagesschart sieht man deutlich, dass wir hier oder im Wochenchart, dass wir hier deutlich an eine Trendlinie kommen. Aber sich da ein Ausbruchscharakter darstellt. Das heißt, man könnte die jetzigen Long-Positionen beenden. Das ist ja halb so wild, weil die ja nicht im Minus sind, sondern im Plus, da lässt sich das immer leichter schließen. Und wenn wir jetzt das Ganze mal so betrachten, dann wäre natürlich das auch ein schönes Ausbruchsszenario, übergeordnet. Wenn also der Markt hier über diese Hochs ansteigen kann, da ist jetzt vermutlich noch ein bisschen Platz. Aber wenn er dann hier die Konsolidierung einleitet, eine engmaschige Konsolidierung in dem Fall, und dann ausbricht, dann hätte man halt nicht nur hier diesen H1-Ausbruch, sondern natürlich auch übergeordnet hier einen schönen Ausbruch aus dieser bullischen Flagge mit einer schönen Zwischenkorrektur. Aber das muss er halt eben auch erstmal liefern, wobei man das auch so einzeichnen kann. Das geht beides. Aber das wäre dann ähnlich wie EuroCut. Das war hier unser Long-Setup. Das hat soweit gut geklappt. EuroCut war ja auch hier diese Aufballung und dann Anstauung, und dann hat sich das hier nach oben entladen. Und übergeordnet ist das natürlich auch gut zu sehen, denn auf dem Wochenchart ist das hier, ich hoffe, man sieht es noch, der Ausbruch aus diesem Trendkanal. Jetzt könnte der EuroCut erst richtig an Momentum gewinnen und zumindest bis hier zu wichtigen Monats EMA 200 laufen, der 1,49. Also von daher übergeordnet sieht das Ganze positiv aus. Und wenn eben das hier schon im EuroCut vorgefallen ist, aufgetreten ist, dann wäre natürlich hier der Ausbruch im Euroout auch sicherlich interessant, denn das Sentiment ist sehr bärisch auf den Euro. Gerade Euro, S-Dollar, da werden ja ständig neue Ziele ausgerufen, Parität 0,95. Aber hier der Ausbruch zeigt eben ein anderes Bild. EuroCut hat es schon gemacht, Euro, S-Dollar, er hat zwar noch einige Widerstände, von daher Euroout wäre eine übergeordnete Alternative. Mir gefällt vor allem auch gut, dass er hier nochmal zwischen korrigiert. Der ist nicht so weit in der Bewegung. So, und wenn er jetzt eben hier ausbricht mit einer kurzfristigen Konsolidierung, lassen wir es einfach mal so stehen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende angekommen. Wir hören uns dann morgen früh wieder, wie gewohnt in alter Frische. Genießen Sie den Feierabend. Good Trades, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.